Die Gemeinde Wallerfing hat etwa 1500 Einwohner. Zehn von ihnen werden in einer Krippe betreut. Das ist ihr gutes Recht. Seit 1. August 2013 steht auch den unter Dreijährigen dieser Platz zu. Dazu wurde der Kindergarten St. Michael eben um diese Krippe erweitert. Für rund 700.000 Euro. Etwa die Hälfte davon übernahm der Freistaat. Rechtlich und finanziell also kein Problem. Aber wie sinnvoll ist das? Wir haben vor fünf oder sechs Jahren angefangen, uns da ein bisschen zu spezialisieren, dass wir Kinder unter drei Jahren aufnehmen, aber leider nur zwei Tage in der Woche. Und die haben wir ausgelagert gehabt, vormittags im Turnraum. Wir haben unseren Turnraum so vorbereitet, dass es ein Gruppenraum war und haben geschaut, dass wir da schon. Und das wurde gut angenommen. Leider war es eben so, dass wir nur sagen konnten, zwei Tage, weil die anderen Tage haben wir ja die Kinder zum Turnen gebraucht. Den Kindern gefällt es also hier. Auch wenn sie es uns nicht sagen wollen, gezeigt haben sie es uns trotzdem. Die Krippe wurde übrigens innerhalb von einem Jahr, sozusagen im Sause-Schritt, gebaut. Seit September 2013 können hier zwölf unter Dreijährige betreut werden. Doch wie geht es in Zukunft weiter? Für das nächste Jahr haben wir zwei Anmeldungen. Das heißt, drei Kinder wechseln in den Kindergarten. Für nächstes Jahr haben wir wieder acht Kinder in der Krippe. Bis September 2014 kann sich allerdings noch einiges ändern. Vier bis fünf Kinder sollten es auf jeden Fall sein. Auch wenn es hier keine Wartelisten gibt, zu wenige Anmeldungen haben Nachteile. Die Stundenzahlen gehen ab. Wir können das Personal nicht so einstellen von den Stundenanzahlen. Es sind dann wieder Kürzungen vom Personal notwendig, wenn die Gruppen nicht voll sind. Und das ist halt wieder schwierig, weil wir müssen doch die Öffnungszeiten abdecken. Und das Personal hat dann weniger Stunden vielleicht. Und ja, dem Ganzen dann so eine Gratwanderung, dass man allem gerecht wird dann. Vielleicht steigt die Kinderrate in Wallerfing demnächst wieder an. Erst in der vergangenen Sitzung hat der Gemeinderat Aufträge für Erschließungsarbeiten vergeben. Und zwar für ein neues Baugebiet in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten. Damit könnte es auch in Zukunft genug Krümel geben, um die Betreuung der sogenannten Krümelbande fortzuführen.